Warum bieten wir Ihnen Ökogas an? Als Mensch lässt es sich kaum vermeiden, CO2-Emissionen zu erzeugen. Wir wollen Essen zubereiten, es warm haben und in der Badewanne entspannen. Dabei wird Erdgas verbrannt und es entstehen klimaschädliche Emissionen. Als dreiköpfige Familie sind es in Ihrem Haushalt etwa 4 Tonnen CO2 pro Jahr. Diese Emissionen können wir in weltweit angesiedelten Klimaschutzprojekten ausgleichen und gleichzeitig Gutes tun. Wir sorgen dafür, dass Bäume gepflanzt werden, Wind- und Solarparks entstehen und Menschen in anderen Ländern Hilfe zur Selbsthilfe erfahren. Mit der Entscheidung für unser klimaneutrales Ökogas ermöglichen sie Projekte in sogenannten Schwellen- und Entwicklungsländern. Dort kann mit gleichen Mitteln sehr viel mehr bewirkt werden. Unter anderem sind die Kosten in den ausgewählten Projektländern geringer und die positiven Effekte vor Ort somit größer. Gleichzeitig unterstützen wir mit Klimaschutzprojekten die Bevölkerung vor Ort. Durch die Beteiligung der Menschen an den Projekten entstehen Arbeitsplätze, Schulen oder Gesundheitszentren und zusätzlich wird wichtiges Know-how vermittelt. Mit dem Bezug von Ökogas helfen sie also nicht nur dabei einzigartige Naturräume und das Klima zu schützen, sondern verbessern auch den Lebensstandard der Bevölkerung in den Projektländern. Unsere CO2-Einsparungen werden jährlich vom TÜV oder anderen unabhängigen Gutachtern geprüft. Somit können sie sicher sein, dass ihr Engagement auch ankommt. Ökogas. Für Sie. Für unsere Zukunft. Ökogas. Für unsere Zukunft.